Sonntagmittag wird im Osten Berlins zum propagandistischen Gegenangriff geblasen. Putins Jünger und ihre Wahrheit zum Krieg in der Ukraine. Hallo. Was fasziniert Sie denn an Putin? Sie tragen ihn auf der Brust. Also, ich bin gegen Krieg, aber ich glaube, dass der was macht, dass er so richtig geht. Aber der führt doch gerade Krieg. Der führt keinen Krieg. Er führt gerade einen Angriffskrieg? Nein. Es gibt Vorwürfe gegen Putin wegen Kriegsverbrechen, wegen der systematischen Bombardierung von Kindergärten, Wohnvierteln, Krankenhäusern. Ja, kann man vieles sehen und sagen, ja. Putin ist ein guter Mensch vielleicht. Bitteschön. Warum? Warum? Stört Sie, dass sich das in einen Angriffskrieg führt, dass da Häuser bombardiert werden, Wohnviertel, Krankenhäuser? Ja, haben Sie auch kein Problem mit. Haben Sie kein Problem mit? Nein. Angekündigt waren 30 Teilnehmer, gekommen sind über 900 Russen und ihre deutschen Unterstützer. Angemeldetes Motto, Zitat, Schutz für russisch sprechende Leute gegen Diskriminierung und keine Propaganda in der Schule. Doch es gibt Widerstand. Stopp, russische Propaganda! Das ist die russische Propaganda! Nein! Ihr sollt euch alle schämen! Ich bin gegen russische Propaganda! Nicht alle Spätaussiedler denken so! Die Spätaussiedler sind gegen den Krieg! Wir finden das fürchterlich, wir finden das beschämend. Wir wollen unseren Standpunkt hier ganz, ganz klar machen. Wir sind gegen Putins Angriffskrieg und wir gehen mit unserer Fahne des Widerstands, also das ist die weiß-blau-weiße Fahne des globalen russischen, russländischen Widerstandes gegen den Krieg. Das ist Propaganda! Und hier ist kein Propaganda! Das ist Aktion! Das ist für alle Nazi! Nächstes Ziel für den Autokorso, das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park, errichtet für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee. Ein Lied wird angestimmt. Es handelt von einem Mädchen namens Katyusha. Katyusha werden auch die russischen Raketenwerfer genannt, besser bekannt als Stalin-Orgeln. Die aktuellen Ereignisse im ukrainischen Butscha, die Bilder von den erschossenen Zivilisten mit den auf dem Rücken gefesselten Händen, haben sich auch auf der Demo rumgesprochen. Es sind in Kiew über 300 tote Zivilisten gefunden worden. In Kiew. Ja, weil sie von ihren eigenen Soldaten als Geiseln genommen werden und beschossen werden von ihrer eigenen Armee. Und das ist ein Fakt. Und das ist ein verdammter Fakt. Und den kann man nicht abstreiten. Also die Ukrainer werden selbst von den Ukrainer beschossen werden? Das, was hier gemacht wird in den Medien, das ist reinste antirussische Propaganda. Es wird hier alles dafür gemacht, dass Russland diskreditiert wird. Aber der Kreml macht doch die Propaganda. Der Kreml macht Propaganda, natürlich. Und hier nicht, oder was? Ihr wollt Journalisten zeigen? Nur ein Mensch hat ganzen Wert kaputt gemacht? Nein, das sollen Journalisten sein. Journalisten wissen mehr als die eigene Bevölkerung. Ihr seid keine Journalisten. Ihr seid traurig. Was sagen Sie dazu, dass hier jeden Tag tausende Menschen aus der Ukraine ankommen, die geflüchtet sind? Recherchieren Sie mal, wer ankommt und wer geflüchtet ist. Das machen Sie mal selber. Das ist Ihre Aufgabe, ich weiß es. Ich gehe auf die Straße in Deutschland, egal wo ich herkomme, und kläre die Leute auf, die genauso naiv und dumm sind. Sorry, wenn ich Sie jetzt beleidige. Aber was sind das für Leute, die hier ankommen? Die kommen hier auf den Hauptbahnhof an, werden in Busse geschoppt und sind dann im Vier-Sterne-Hotel mit ihren Hunden, mit ihren Köfferschen und sehen überhaupt nicht aus wie Flüchtlinge. Und selbst die Mitarbeiter in den Flüchtlingsheimen sagen, Flüchtlinge sehen anders aus. Man hört ihnen zu und versteht, was russische Propaganda anrichtet. Eine Demokratie muss das aushalten können. Demonstrations- und Meinungsfreiheit sind ein hohes Gut. Beides gibt es in Russland derzeit nicht. Dank Putin und seinen Jüngern. Untertitel des ZDF für intentionally使用患ystem. 给 die debateios haben. 5